Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer das Video schaust? Hi! Schön, dass du wieder da bist oder wenn du nur hier bist. Hi! Willkommen, herzlich willkommen, auf jeden Fall heute kleines Unboxing Video. Ihr könnt ja unten schon sehen, dass ich mein neues Handy hier jetzt heute unboxe. Aber erstmal, wie immer, Nagaravil, let's go. Ich habe gedacht so, okay Leute, es ist Herbst, also machen wir rot. So, hier seht ihr meine Nägelchen. Ich wollte eigentlich noch dunkler gehen, aber irgendwie sah die Farbe so dunkler aus. Aber es geht auch, es ist nicht so hell. Aber ja, hi! Let's go! Wenn du deine Nägeln auch lackierst oder so, gerne in die Kommentare lassen, was für eine Farbe du machst. Machst du so Herbstfarben, Halloweenfarben oder ist dir das egal, welche Saison es ist und so? Ja, aber... Los geht's jetzt! Ähm, ich weiß, ich darf das Paket jetzt nicht umdrehen, ne? Weil ich weiß, ich mag meine Adressaliken, aber diesmal hoffentlich nicht. Sonst könnt ihr mich gerne hoch besuchen kommen, ne? Äh, nicht ernst. Aber ja, ich habe mein Handy über Amazon bestellt, weil es überall, wirklich Leute, überall ausverkauft war. Und ich habe gerade so... Ja, Amazon dann. Und ja, let's go! Seit wann sind die Pappkartons so stark geworden? Vielleicht bin ich auch schwach geworden. Hier ist es. Und bitte kein, kein, wirklich kein Kommentar da lassen. So wie... Äh, Apple... Äh, äh, äh... Warum Apple, äh... Kauf mal Android. Willst du nicht, kauf ich nicht. Kauf mal selber auf. Kauf mal, was du willst, was du magst. Womit du zufrieden bist, so. Wie ich einen negativen Kommentar sehe. auch. Ha, 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 ha! Pfff! Hier ist es. Pfff! 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 Also... Könnt ihr mal schon sehen, welche warm es ist. Pfff! 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 Hier ist das Lobo und hier steht welche Marke es ist. Es ist tatsächlich die neue. Es ist Proversion und es ist weiß. Ich hatte lange überlegt, welche Farbe ich hole. Ob ich Wüstensand hole oder weiß. Und irgendwie so, keine Ahnung. Ich glaube Wüstensand war ausverkauft und dann weiß so. Ich war sowieso zwischen zwei Farben. Und genau so. Hier wird nichts mit eleganter Unboxing übrigens. Okay. Ihr seht das als erstes. Ach das. Man sieht es nicht. Warte. Da. Okay jetzt sieht man es. Ich war so. Hä? Ist da was drauf? So. Tada. Hier ist die Handy. Wow. Da ist es. Da ist es. Oh mein Gott. Das ist hier das Box. Und man wird ja jetzt heutzutage gerne gescammt. Also hier gibt es keine Ladekabel mehr dabei. Aber... Was so wie immer. Hier die Ladekabel. Und ich bin so froh Leute. Das ist aus so... Es ist nicht... Es ist so wie... Wie sagt man... Verbundene. Also es ist... Es ist nicht Plastik, sondern ist eher so... Nicht Kleidung, aber so... Weißt ihr was ich meine? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. So ein... Materialmäßiger. Aber ich glaube, meine Kamera zeigt das auch nicht so gut gerade. Aber jetzt... Und hier ist die Nadel. Wo man die... SIM-Karte rein tut. Und ja... Hier ist die Handy. Das spiegelt jetzt. Guck mal. Ihr seht meine Setup, glaube ich. Meine Licht hier. Und... Sieht man mein Handy. Keine Ahnung. Aber ja, das ist... Es ist so schön. Und hier ist die neue... Shoot. Hier ist die neue Kamera Button. Hier ist die normale Lock Button. Und... Das hier ist auch neu. Aber... Ding Ding Ding. Ich bin... Ich hab richtig Paranoia immer mit Handys. Meine Handys müssen... Immer 100 Pro... Geschützt werden. Und deswegen... Habe ich... Nicht Bildschirm, aber so Glas... Schutz... Schutzhülle. Schutzglas. Geholt. Und... Das ist... Und das hier ist eins von den... Schwarzen. Wer nicht weiß. Da ist so eine... Cloth. Damit kannst du es sauber machen. Aber meins ist gerade sauber. Und hier ist... Das hier. Das ist so... Damit du es richtig... drauf machen kannst. Und hier... Ist mein kleiner Bildschirm. Meine kleine... Äh... Handy... Schirmglas. Schutzhülle. Schutzfolie. So. Und das ist so... Wenn du von vorne guckst... Dann siehst du alles. Und wenn du von Seite guckst... Dann siehst du so schwarz. Guck mal. Seht ihr das? So. Ihr seht von vorne. Und wenn ich das so drehe... Geht das so schwarz. Und das ist gut. Wenn Leute mich in den Bus stalken wollen. So. Nein. Lass mich meine Sachen in Peace gucken. So. Und ich mache es jetzt drauf. Natürlich. Ihr seht gar nichts. Weil ich muss es auf dem Tisch tun. Aber... Das geht so. Das ist jetzt richtig. Ich glaube es ist falsch rum. Okay. Das sieht besser aus. So. Und jetzt kann ich dir... nichts drauf tun. Ah ne. Das war richtig. Wieder so paranoia. Wieder. 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 Ein so. Bubble. Runter kommt. Dann krieg ich Regressionsprobleme. Das hat nicht gut geklappt. Warte ich mal die Hölle weg. Das hat mich jetzt gerade gar nicht geholfen. Ja. Okay. Jetzt geht es raus. Jetzt geht es raus. Sieht ihr das? Okay. Man sieht es nicht. Und... Relativ bubblefrei. Aber jetzt ist das Ding drauf. Und... Natürlich Leute. Ah 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 ah. Natürlich habe ich mir eine Höhle auch dazu geholt. Goddammit. Ich habe es gezeigt. Welche Farbe ist es? Natürlich Pink. Hier. Es ist... Wo ist die Farbe? Also hier. Bubblegum Pink. Bubblegum Pink. Ich liebe Pink. Meine Lieblingsfarbe. Deswegen müsste ich sie das natürlich holen. Und... Ich habe meine... Paketenmesser hier. Mit so einer... Guck mal da. So eine mega süße Katzenfote-Tatze. Dings ist auch hier. Also das bin ich, wenn du mich besuchen kommst. Sorry, das war glänz. Auf jeden Fall mache ich das jetzt hier auf. Ah, es ist so schön. Es ist so schön. Ich liebe Silikon Cases. Weil die sind halt mega gemütlich. Und die rutschen auch nicht so. Ja, hier steht die Marke. Und... Ja, hier ist das Kameraloch. Und jetzt... Tada! Hier ist die neue. Und ich mache das dann jetzt an. Guck mal, das ist, wenn ich meine, was der Bildschirm macht. Es verschwindet so. Eins, zwei, drei. Weg! Von vorne sieht man... So. Seht ihr, was ich meine? So. Welche Sprache? Englisch! Es gibt kein Essenisch übrigens. Es gibt... Es gibt... Es gibt Finnisch, aber kein Essenisch. Also ich wähle immer Englisch. Und Leute, ein kleines Pro-Tipp. Wenn ich... Weil da gibt's keine Essenische Sprache. Tastatur. Wähle ich immer Deutsch. Weil in Englisch sind Tastatur so. Dann hast du meistens die Buchstaben, die man in Englisch hat. Eins. Ich glaube, eins fehlt. Aber sonst hat man fast alles. Hier. Appearance. Wie groß will ich die Schrift haben? Ähm... Wenn ich so ganz groß mache, dann hab ich so Gefühle, als ob ich so Oma bin. Ich mach tatsächlich immer so ganz normal. Quick Start. Ja, okay. Jetzt kann ich das nicht mehr machen. Weil... Ich muss jetzt Sachen von meinem anderen Handy rübernehmen zu meinem neuen. Yes. Aber das war's. Das war meine... Handy Unboxing. Und meine nächsten Video wird schon mit... neuen Design. Also hoffentlich so HD-Kiki. HD. 4K-Kiki. Incoming. Nein. Aber... Vielleicht... wird die Qualität besser. Ich glaube. Also sollte man zumindest. Und ja. Ich hoffe das Video... hat irgendwie Spaß gemacht. Keine Ahnung. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye. Bye. Bye.